Mahlzeit liebe Wastedriver Freunde, wenn ihr euch wundert, warum ich hier bin und nicht im Startbildschirm, dann liegt es einfach daran, dass ich euch ja versprochen habe, umsparen. Dass ich nicht mal ein Wagen deiner Klasse bin, sondern nur durch 15 bis 20 Minuten circa, weil ich euch in 3D-Spielen ab jetzt nur noch mit Full HD-Let's Plays verbinden will. Um das umzusetzen, muss ich das auch nicht mal kappen. Und darum begrüße ich euch jetzt mit in der Langstreckenmeisterschaft der Europäischen Nationallizenz, wenn ich es einfach mal nenne, der LMP1-Klasse. Deswegen fahren wir auch mit diesem schicken, schmicken Audi T10, keine Ahnung, TDI 10, was weiß ich denn, im schnellsten Voliden im Spiel. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen, wie ihr seht, aber ich habe trotzdem die letzte Bein weggewonnen. Wir haben dazu einen neuen Teamkollegen, Hans Fischer. Ja, das ist im letzten Part zu sehen. Gut gemacht, Mike. Du führst in deiner Klasse. Leider ist der Mann nicht irgendwie halb so gut wie Tobi. Also der ist ein sehr guter Fahrer, keine Frage, aber hat Beständigkeit. Darauf habe ich nicht geachtet. Quasi gern null. Und im letzten Part könnt ihr sehen, er war teilweise sogar auf Platz 1. Was war das jetzt? What the fuck? Meine Tastatur hat gestreckt. Und, ja, hat denn auf der Zielgeraden einen Ausrutscher gehabt, das war in der Ausbildszene, oder gerade war er auf Rack 2, auf einmal war er weg. Da, habt ihr gesehen, ich habe nur gerade ausgesteuert. Und jetzt nochmal. Warte, ich gebe euch dafür mal eine andere Kamera, wenn ich die Tasten jetzt verknüge. Ja, um die Kurve ist ja ganz normal, aber die Sau kommt weiter nach links gelingt. Ah, genau, ich muss ja hier hochklicken, ne? Hehehe. Ui, ich glaube, das war noch zu viel. So, ja, scheint alles gut zu sein. Natürlich, die Kurve wieder viel zu weit genommen. Aber, naja, Hauptsache, es geht weiter für mich. Oh! Guckt doch, wie ihr fangt, ihr habt Lumpen. Okay, das wird jetzt eine kleine Herausforderung. Die kleine Drehung hält mich nicht vom Sieg ab. Oh, haben sie. Seht ihr, das meine ich, ey. Also, das machen wir nach der Meisterschaft, kurz nach meinem Teamgelegung. Weil, so eine Lust brauchen wir nicht, umfällig. Du bist in deiner Klasse, der fehlt. Noch einen Platz weiter vor und du bist unter den drei Besten. Genau. Oh, 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 oh. Deswegen gebe ich den Audi, weil der ist einfach so. Was von schnell? Da können die Gegner was, weil sie nicht für einen Vorsprung haben. Und wir können sie trotzdem. Oh, oh, oh. Immer einfach mit dem Reifen starten weg. Das kann uns gleich helfen. Oh, ich mach. Das einzige Problem ist, bei dem 24 Stunden Rennen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Von Levan. Da ist nämlich das Team Audi. Oh, oh. Nee, keine Ahnung. In der Tür, jetzt heißt mein Name. Tom Christens. Doch. Am, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein komischer Däne. Die haben auch dieselben Audis. Das ist immer geschlagen. Wenn ihr die 24 Stunden sehen wollt, mit dem Audi-Duell. Dann schreibt das in den Kommentaren, dann wird es die nächsten für euch geben. Ansonsten überspringe ich die oder fahre die halt im Offscreen, wenn ich meinen bin, dass mein Team meinen Ansitz um uns kommt. Aber das letztendliche Ziel ist ja sowieso das Let's Place, bei der Destruction Derby Meisterschaft zum Ende jetzt einfach mal in der Hall of Fame auf Platz 1 zu kommen. Wir haben uns auf Rang 2 übrigens vorgeschlagen. Wir sind jetzt mit 6, 7, 2er. Oh je, das kam schon spannend. Er war auf Nura-Licht die Kurve. Oh, schieß. Nee, das ist mein Name. Nee, sonst hätten wir keine Schnitte. Aber wenn ich kein Zeug nicht fahre. Komm durch, das haben wir. Ich fahre direkt hinter dir. Komm mal, oh, komm mir einfach zu. So, jetzt muss ich erstmal wieder Gas geben. Komm schon, mutma, mutma. Dein Teamkollege fährt direkt hinter dir. Neue Öl, das war gar nicht. Oh doch, das geht nicht. Da hat uns gerade nichts passiert. Hat die Schweine das wieder aufgebaut. Ich hoffe, ich habe die Sau jetzt nicht angeschoben. Komm schon. Herzlichen Glückwunsch, du bist weiter. Mene, mene. Habe ich die Sau doch angeschoben. Aber egal. Ich gönne mir auch mal was. Ich bin ja nicht so. Aber Hans Fischer endlich war in den Top 5. Das ist ja auch mal was. Aber er wird trotzdem verkehrt. So nicht mein Freund. Wir haben uns wieder schön Preisgeld verdient. Und er kommt mit 12.000 aus. Hoch der Leistung. Was kommt jetzt? Dieser Fahrer führt den Wettkampf zurzeit an. Häng dich. Wagen der Demand Serie werden in vier Klassen eingeteilt. Kümmere dich nur um die Wagen deiner Klasse. Da ist der Schataner. Wenn du den Porsche gefahren leidert. Ich möchte mich an ziemlich lustige Angelegenheiten. Also die Strecke ist eigentlich cool. Aber ich glaube, dieses Auto komplett ungeeignet. Na also. Jetzt bin ich an dir dran. Naja. Also es kann gut sein, dass der Hansi gleich an uns vorbeiziehen. Aber er wird nicht lange erster bleiben. Das kann ich mich versichern. Denn eine Umdrehung hat er wenigstens gemacht. Schauen wir mal. Also achtet mit drauf. Er ist nur auf Rack 2. Ja, es hängt aber auf jeden Fall. Aua, das war fast zu schnell. Achtet mal mit drauf, wann da hat sie abspielt. Wenn das überhaupt tut. Also nicht jetzt, wenn ich den hier rauskomme. Gut gemacht, Mike. Du führst in deiner Klasse. Was war das denn? Ey, die haben hier aber gerammt. Das haben wir gesehen. Da konnte ich jetzt gar nichts für verlieren. Ich habe mich auf Position eingeschoben. Also jetzt können wir sogar sehen, wenn er abschmiert. Das ist vielleicht ein Schlüssel. Aber ich will natürlich auch von ein zurück. Gar keine Frage. Wir setzen uns hier mit dem Schatten hinter Bob Mavich und ziehen eiskalt vorbei. Oh, da seht ihr, das habt ihr? Habt ihr das gesehen? Du bist zur Zeit der Zeit platzierte deiner Klasse. Oh, da hätte ich weiter infankt können. Den hätte ich gar nicht abgelassen. Oh, ich glaube ich habe mehr Probleme hier verschrecken wie Hansi. Also wenn Hansi gewinnt, dann behalte ich ihn noch im Tier. Das ist jetzt mein Versprechen an Hansi. Aber man abwarten. Oh, jetzt ist es wieder. Die kleine Drehung hält mich nicht vom Sieg ab. Na, was sage ich? Der Typ, ey, das... Der fährt ja kaputter als ich. Ah... Du bist in deiner Klasse der Dritt. Ne, das müssen wir jetzt hier mal eben anders regeln. Die Strecke, die ist so unübersichtlich. Und der mit dem Auto, was ich eh kaum denken kann. Das lässt, ey, das ist einfach... Geil, ne? Und das ist wieder die... Du bist in deiner Klasse der Vierte. Noch einen Platz weiter vor und du bist unter den drei Besten. Ja, spätestens auf C-Geraden komme ich wieder ein Stück weit ran. Und da haben wir einfach gedacht, wir bremsen mal nicht. Gewinne, gewinne, gewinne. Okay, machen wir das Ganze einfach nochmal? Hui! Weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Okay, also jetzt weiter, weil wir mindestens werden. Wenn der Boxer sich mal zusammenreinst, dann kriegen wir das immer rein. Ich werde das nicht verstehen, warum die Gegner nicht bremsen müssen. Und nicht so doll. Oder sieht man das nicht? Kann das auch sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir auch letztendlich egal, weil meine Leistung muss jetzt langsam mal hier stimmen. Aber Hansi, da scheint endlich mal ein gutes Rennen zu machen. Vielleicht wusste ich, dass ich einfach war, fahre. Oder da kommt einfach hochlich mit diesen Augenklang. Also wirklich. Das kann ja natürlich gut sein. Aber da rächt mir gemeinsam klein, dass ich was weiß. Das war's schon. Ich bin der Champion. Der vierte Platz geht voll in Ordnung. Geil ist ja nicht drauf. Macht der voll das Fissen? Okay, da bleibt er auf jeden Fall bei uns. Schon allein. Für die Aktion. Nein! Wozu fahre ich denn? In die scheiß Meisterschaft? Nein! Boah, da könnte ich ja jedes Mal so Eier bekommen, Alter. Das ist wie die Scheiße in Japan. Ihr erinnert euch dran? Da habe ich genauso gefehlt. Das ist... Also wir gucken uns jetzt hier noch... Durch die Arbeit für andere Teams kommt man fix zu etwas Geld. Es gibt einen Festbetrag pro Rennen, so wie Boni, wenn du besser als erwartet bist. Leider bringt dir das für deinen Ruf weit weniger, als für das eigene Team zu fahren. Oh, das nervt mich irgendwie. Ich guck das jetzt nochmal. Okay, das machen wir das anderes Mal. Ich hoffe, ich denk dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider hat es nicht zum Sieg gereicht. Na, blöde Sache. Ich muss mal irgendwas gucken. Ob das... Ja, okay. Ich sehe, da ich das gefahren habe. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sage bis denne. Tschüss.